Ja Wir fahren ohne karting die at wieder ich weiß nicht wie schwer der gerade ist soll ich mal schauen Da haben wir schon eine halbe sekunde fast Hier kann man die rampe nehmen uff das war echt knapp Ja nice Ah scheiße jetzt zu viel geslided Okay Ist aber drin jawoll at Also bin jetzt ohne kart gefahren 52 1 3 ist die at metal 52 05 bin jetzt ab das ende jetzt nicht so gut gefahren Ähm bisschen dirt map ich finde die eigentlich ganz gut Also ich habe ja am Anfang immer gesagt dass ich keine dirt maps mag aber inzwischen ja finde ich die ganz gut Ähm jetzt natürlich die Frage mit dem kart Ähm Author time is 52 13 So I'm really ja um um I did it without Let's check out the kart Let's check out the kart maybe Let's check out the kart maybe On a drive like this Down here Through this checkpoint And then And then wow Wow Yeah Yeah Okay Oopsie Ich habe jetzt gemacht Sorry I think I tapped out nevermind Um so Ja this is the cut I don't know if there is another cut I don't think so Also das war gerade der cut hat man ja gesehen Ah ich bin etwas verwirrt Lass ich das nochmal versuchen hier So Ah Das ist natürlich doof Jetzt nochmal versuchen Also die Fahnen hier die Wände hoch Hier runter Ah 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 So This is like the cut Let me see If there is another Cut Or anything So far at least I mean Sometimes people find out another cut Very Yeah very nice track I don't know about the cut The cut might Make it More interesting Again I have no idea Yeah So I think There is Just one cut Okay Yeah very nice track Ähm Ich glaube dass der cut vielleicht sogar Spaß macht Ne Müssen wir schauen Thumbs up Ne Und Hand sich vielleicht ein bisschen Muss man mal schauen ob ich streame oder nicht I'm not sure if I'm gonna stream or not But Let's say it that way I would I would Like to hunt The track With Or without the cut Seems to be fun track Seems to be fun track